Musik Herzlich Willkommen hier auf der Expo Farm in München auf unserem Stand B1C32. Auf unserem Stand bei der Firma AMI Förder- und Lagertechnik präsentieren wir in unserer Weltneuheit den Smart Flex Depot. Dieser Smart Flex Depot bietet Ihnen unendliche Möglichkeiten zur Einlagerung verschiedener Produkte. Musik Wir präsentieren Ihnen heute unser Messe-Highlight, das neu entwickelte Smart Flex Depot. Beim Smart Flex Depot handelt es sich um ein dynamisches Wagenlager, bei dem Sie Artikel unterschiedlichster Geometrien auf diversen Ladungsträgern einlagern können. Dabei können die Packungen oder Artikel in unterschiedlichen Lagen aufgenommen werden und durch ein doppelt rotierendes Greifsystem in unterschiedlichen und ausgerichteten Positionen abgelegt werden. Musik Neben unserem Smart Flex Depot präsentieren wir hier auf der Expo Farm 2022 in München diverse Komponenten zur Verkettung von Kommissionieranlagen mit Kassen- und Ausgabesystemen. Unser Portfolio umfasst diverse Gurtförderer und Gurtkurven sowie Senkrechtförderer und Rutschen. Unsere Produkte werden für Sie individuell gefertigt, um den optimalen Warenfluss bei Ihnen in der Apotheke gewährleisten zu können. Musik Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Musik 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 Musik